willkommen auf meinem channel wie erstelle ich aus diesem foto einen wunderschönen sonnenuntergang dazu brauchen wir eine neue ebene transparent vordergrundfarbe ein rot hintergrundfarbe ein gelb dann nehmen wir unser farbverlauf werkzeug vordergrundfarbe nach hintergrundfarbe linear und ziehen uns hier ein farbverlauf und stellen unseren ebenen modus auf überlagern und die deckkraft auf 50 prozent ich werde es euch gefallen hat dann gebt mir einen daumen hoch und gebt mir ein abo vielen dank bis zum nächsten mal